Okay, Leute, der L zurück hier mit einem neuen Part I'm Alive und ich habe jetzt bis zu der Stelle gespielt, wo wir das letzte Mal gefehlt haben. Okay, es ging. Es ging jetzt, ist natürlich besser. Leider Moon verloren. Leider, leider. Aber es lief natürlich jetzt um einiges besser. Na, da kam dann halt jetzt hier raus der Sack. Der blöde Penner. Schmeißen wir uns Schmerzmittel ein. Der macht nichts gut. Drei Schuss noch. Ja, ich zähle den Pfeil immer mit. Ich hätte ganz gerne mal so fünf, sechs Pfeile oder sowas. Das wäre mir natürlich lieber. Können wir hier ein bisschen umsnipern. Damit haben wir das jetzt hier gecleared. Wir haben auch nochmal welches Zeug. Da versteckt es wieder einer. Ich glaube, der hat wieder mehr Angst vor uns als wir vor ihm. Bleibt am Leben. Hat nochmal Glück gehabt. Oh, Backe. Ist aber auch, wo kamen die jetzt alle her? Die Türen waren alle zu und zack, 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 zack. Ja. Und so alarmiert. Und dann liegen hier wieder ein Haufen tode Leute rum. Fünf waren es insgesamt. Da sind zwei verlorene Schuss und ein bisschen Energie eigentlich relativ gut noch. Jetzt haben wir halt noch den kommenden Bereich hier. Das lief gut. Wie viele Konserven habe ich denn jetzt? Vier Konserven. Neun Obstsalat. Schmerzmittel neun. Ja, das sieht alles super aus. Also, da kann man wirklich nichts sagen. Gut, 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 gut. Ich gehe trotzdem in Ruhe hier noch alles ab. Ich möchte nicht, dass mir einer in den Rücken fällt, bevor ich zu der Frau gehe. Ich habe nicht so unbedingt Bock da drauf. Wir können echt mal eine Obstsalatparty machen hier, ey. Gut. Ab zu der Frau. Ich gehe einfach rein. Was du willst von mir? Was? Ich möchte nichts. Ich bin nur hier. Ich komme nicht mehr近. Ich komme nicht mehr. Ich gehe nicht mehr. Hey, schau dir. Ich stehe dich. Okay? Keine Probleme. Wer ist das? Ich bin ein Freund. Ich habe keine Freundschaft. Ich bin mit May. May? Meine Tochter? Hast du meine Tochter gesehen? Wo ist sie? Nicht schau, sie ist sicher. Sie ist mit Henry. Und ich bin hier, um dich rauszuholen. Okay, wer auch du bist, los geht's. Ich denke, ich weiß, wie wir uns rauszuholen. Nun gut, es lief dann doch noch eigenermaßen gut. Wir haben jetzt auch wieder neun Wiederholungen zusammen. Ist jetzt noch ganz unten. Wo ich ja auch schon war. Wir haben die Subway-Tunnel, um nach Henry's Platz zu holen. Wir haben die Subway-Tunnel, um nach Henry's Platz zu holen. Wir haben es nicht gefallen. Sie hat ein wenig zu spüren. Das Schlimmste. Ich wollte ihr eine Beziehung finden, und ich habe sie genommen. Ich habe mich so Angst, um sie zu spüren. Sie hat sie zu spüren, wenn ich sie gefunden habe, aber wir haben sie eine Beziehung bekommen. Ich denke, sie wird alles gut. Wo hast du sie gefunden? Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen vor. So. Ah, jetzt lassen sie mich gerade nicht rennen. Auch auf der Treppe geht's nicht. Okay. Aber das kurze Stück, da hole ich sie nicht ein. Ich danke. Besser ist es, ne? Okay, hier ist es aber scheinbar keiner. Oh, Kacke. Nein, 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 nein. Oh, Kacke. Mist. Verdammt. Ah, Schittenkörderraum. Ui, 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 ui. Das sind echt viele. Also den ersten können wir so ausschalten, das ist okay. Ah, wir sind hier. Das ist auch prima. Auf dem Bogen bleiben ist okay. Guck mal, vielleicht geht die Tür gar nicht auf, wenn ich hinschleiche. Ah, verdammt mich. Haben sie mir so blöd ins Kreuz kloppt. Naja. Aber die Idee mit dem schweren Kill ist, glaube ich, nicht so dumm. Ah, es sind halt gleich zwei von diesen Eierköppen. Mist. Verdammte Kacke. Ich meine, wozu habe ich's, ne? Wow, 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 wow. Oh, das hat jetzt sauber gekostet, aber ich hab's trotzdem geschafft. Nun haben wir auch wieder ein bisschen. Wo ist mein verdammter Pfeil? Wo ist mein Pfeil? Okay. Gut, gut, gut. Ist auch ärgerlich. Das hatte ich vorhin alles so sauber abgegrast. Jetzt war hier trotzdem wieder volle Hüte. Ah. Hm. Wie viele waren das jetzt? Eins? Davon war noch irgendwo einer? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und zwei davon waren gepanzert. Naja. Gut, gut. Das sind so halt die Stellen, die wirklich frustrieren in dem Spiel. Und hier rennt halt eiskalt vor. Jetzt muss ich wieder gucken, ne? Okay. Mal sehen, was für ein Löcher in die jetzt wieder springen. Also bis dahin sieht's gut aus. Gut, jetzt kann ich's schleichen eh lassen. Mit der Lampe an ist das Quatsch. Ich höre doch da jemanden. Okay. Gut. Haben wir es irgendwie überstanden? Ach ja. Also im Gesamten doch zwei Wiederholungen verbraten. Ach. Nein, 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 nein. Nicht schön. Jetzt wird's wieder frustig. Nicht gut. Jetzt wird's wieder in die U-Bahn und in der U-Bahn. Wurde's wahrscheinlich wieder ungemütlich. Jetzt mal eins, aber wo schickt die uns da lang? Nicht eine Ressource. Ich hab's schon gesehen, Leute. Hab ich aber das Gefühl, die ist bewacht oder sowas. Nee, ist sie nicht. Okay. Die schaffen's echt mit dem Einsatz der Musik mich hier schon kirre zu machen, die Schweinebacken. Naja, scheint nix zu sein weiter. Oh, das ist 12. Hurry, open that gate. There's more coming. Quick, hide there. They don't look too happy. What the hell you think you're doing? Calm down. Läuft, 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 läuft. Hammer, Hammer, Leute. Gut. Endlich mal wieder ein Kampf, der sauber über die Runden ging. Jetzt hab ich mich doch vor ihr erschreckt. Und wir haben eine Patrone dazu bekommen. Sehr schön. Dazu muss ich doch... Hm. Gibt's keine gescheite Karte in dem Sinne. Geht's hier noch irgendwo weiter? Gibt's auf jeden Fall Ressourcen. Dann gucken wir doch mal da rein. Beziehungsweise ich möchte vielleicht mal gucken, ob ich erkennen, was das ist. Ist es nun Obstsalat? Obstsalat oder Konserve? Also wenn ich da irgendwie ein Gitter aufschießen muss, lohnt sich's nicht. Hm. Hä? Hä? Vielleicht da rüberkrabbeln oder was? Was soll das? Ah, alles klar. Ein Obstsalat war's. Dann gehen wir halt gleich wieder hier zurück. Ich vergesse immer, dass der gute Mann sehr behältend im Klettern ist. Wir haben uns noch nicht komplett umgesehen. Da ist auch nichts mehr. Naja. Was ich gut finde, hier unten in der U-Wand kann man nicht wie bei The Darkness vom Zug überfahren werden. Das hat auch viel Schönes. Ist auch schön. Wir haben unseren Pistolen-Munni wieder verdoppelt. Toll. Schön. Und dann müssen wir hier scheinbar wirklich weiter. Und der Part ist schon wieder zu Ende, Leute. Ja, dann sag ich doch mal ciao für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich bin der L. Ich bin raus. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.